Ich habe meine Indien vergessen. Ich muss nur mal ins Hotel. Der Weg ist lang, Alter. Zum Glück habe ich Konditionen. Das Problem ist, wir sind nur noch 10 Minuten bis zum Auftritt. Oh, das ist aber süß. Oh, was habe ich vergessen? Das sind meine In-Ears. Was ist das, fragt ihr euch? Was sind diese Kopfhörer hier? Die sind ganz wichtig, da ist der Sound drauf, der Mix, die jemand hören muss, um sich selber gut zu hören und die anderen das Instrumentale. Und der, ey, ich habe keine Zeit, blablabla. Ich muss zurück ins Hotel. Okay. Kuckuck. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui. Wow! Ich glaube die Kameras alle. Nein, nein, die nimmt auch. Die nimmt auch, die nimmt auch. Wie war's? Wo warst du überhaupt? Hast du dich auch selber gefilmt?